Musik Sag mal, willst du mich vielleicht umbringen? Die Versuchung war zu groß. Wie läuft's in der neuen Schule? Ich versuch mich einzufügen. Das hab ich mir fest vorgenommen, seit ich meine alte Schule verlassen hab. Julian, du hast deine alte Schule nicht verlassen. Du bist von ihr verwiesen worden, weil du grausam zu einem anderen Jungen warst. Ich bin sicher, dein Vater hat dir Geschichten erzählt, wie es in meiner Kindheit war. Er sagt, du redest nicht gern darüber. Das stimmt. Aber jetzt denke ich, dass ich es um deinetwillen tun muss. Entschuldigung? Oh Gott, was will der denn? Das gehört doch dir, oder? Danke. Hab ich gern gemacht. Ich kannte nicht mal seinen Namen. Dann schau dir den Krabbel an. Aber etwas Wesentliches verbannt uns. Die sind wirklich gut. Für eine Jüdin. Wir hatten beide erlebt, zu welchem Hass menschenfähig sind. Ein Kind wird vermisst. Finde das, Pak. Und wie viel Mut nötig ist, menschlich zu bleiben. Du musst mit mir kommen, sofort. Ich werde uns hier rausbringen. Du kannst hier bleiben, ja. In dunklen Zeiten erinnern uns Kleinigkeiten an unsere Güte. Wollen wir heute Abend durch New York, Bumme? Ja, ähm, klar. Öffne deine Augen. Du bist der tapferste Mensch, den ich kenne. Du bist der tapferste Mensch, den ich kenne. Güte jedoch vergisst man nie. Denn wenn Güte dich dein Leben kosten kann, wird sie zu einem Wunder. Der tapferste Mensch nicht�� including Knie. Wir sind sicher. Wir sind diee wo Waagate einyden. Wir sind sicher. Wir sind die Frau 마음. Wir sind grundleg Tschüssch und sprich Diez affects und traurte Morten vegan, wir versuchen... Breinigungen an unsere Liebe. Wir beide Sinnen, Untertitelung des ZDF, 2020